Eine Studie mit dem Titel Ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Maßnahmen ergab, dass 4 von 5 Deutschen aufgrund der steigenden Inflation für staatliche Preiskontrollen sind. Mehr als ein Drittel der Deutschen befürwortet die Verstaatlichung von Unternehmen, die aufgrund der Inflation keine Gewinne erwirtschaftet haben. Dies deutet darauf hin, dass Millionen in Deutschland sozialistische Maßnahmen befürworten. Mit der Verschärfung der Krisen wächst die Unterstützung für dieses Extrem, aber auch die Sorge, dass die Regierung zu weit geht. Nach dem Coronavirus, Russlands Krieg gegen die Ukraine, im verstärkten Drängen auf grüne Energie, entwickelt sich Deutschland zu einem sozialistischen Staat. Manche befürchten, dass der Sozialismus zu einer Form des Kommunismus führen wird und zu einer absoluten staatlichen Kontrolle der Produktion eskalieren wird. Aber die Geschichte Deutschlands zeigt, dass diese sozialistischen Tendenzen zu einem noch gefährlicheren Totalismus führen könnten. Bevor wir das besprechen, hier ein kurzer Nachrichtenüberblick. Polen hat am Dienstag seine größte Militärparade seit dem Ende des Kalten Krieges abgehalten. Sie war eine visuelle Erinnerung daran, dass sich Europa verändert. Polen ist dabei, die Größe seines Militärs zu verdoppeln und Hunderte von Panzern zu kaufen. Der 15. August erinnert an den Tag, an dem Polen 1920 den Vormarsch der Sowjetarmee auf Warschau aufhielt. Es ist klar, dass Polen die Zeit voraussieht, in der es die Russen wieder aufhalten muss. Polen ist ein führendes Mitglied einer europaweiten Aufrüstung und Neupositionierung im Gefolge der russischen Invasion in der Ukraine. Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben am 14. August zum ersten Mal Rohölzahlungen in lokaler Währung durchgeführt. Die Verwendung nationaler Währungen für den internationalen Handel ist ein wachsender Trend unter den Schwellenländern und ein Zeichen dafür, dass die internationale Rolle des US-Dollars im Schwinden begriffen ist. Mehr zu diesen Themen finden Sie auf unserer Webseite dieprosaune.de Nun zurück zu unserem Hauptthema Die sozialistische Machtübernahme Deutschlands Deutschland vergibt mehr staatliche Beihilfen als jedes andere Land der Europäischen Union. Die Europäische Kommission berichtete, dass im Jahr 2022 49,3% der genehmigten staatlichen Beihilfen von Deutschland registriert wurden. Dieser Trend setzt sich auch 2023 fort. Im vergangenen Monat genehmigte die Kommission zusätzliche 3 Milliarden Euro für eine deutsche Regelung, die private Investitionen zur Erreichung von Klimazielen unterstützt. Ermöglicht wurde dies durch den befristeten Krisenrahmen, der ursprünglich für 2022 zur Unterstützung der Wirtschaft angesichts der geopolitischen Krise gedacht war. Die Krise ermöglichte das noch nie Dagewesene. Dann wurde der Rahmen genutzt für die Beschleunigung des grünen Wandels. Dieser weckt den Eindruck, dass Deutschlands Wechsel zur sozialistischen Herrschaft kein Zufall, sondern Absicht ist. Es mag auch kein Zufall sein, dass immer mehr deutsche staatliche Eingriffe befürworten. Wenn man die täglichen Nachrichten liest, welche anderen Lösungen gibt es dann? Die Krisen scheinen kein Ende zu nehmen. Und die Aufgaben scheinen zu groß zu sein. Als das der Einzelne sie bewältigen könnte. Frühere Formen des Sozialismus kennt auch Deutschland. Deutschland hat eine Geschichte mit dem Nationalsozialismus oder Nazismus. Adolf Hitler war ein scharfer Kritiker der marxistischen, kommunistischen Ideologie, die in den 1920er Jahren in Deutschland um sich griff. Aber wie Friedrich Hayek in seinem Buch »Der Weg zur Knechtschaft« feststellte, machte sich Hitler diesen Trend auf seine eigene Weise zunutze. Hayek argumentierte, dass die sozialistischen Tendenzen in Italien und Deutschland direkt zum Aufstieg des Nationalismus und des Faschismus beitrugen. Hitler ging ein enges Bündnis mit den Industriellen seiner Zeit ein. Sie hätten ohne die Politik der Regierung nicht überleben können. Und die Regierung hätte ohne die Industriellen nicht überleben können. Hitler versuchte praktisch jeden Aspekt der Gesellschaft zu kontrollieren. Er nutzte dieses Zusammenspiel zwischen Regierung und Industrie und die deutsche Wirtschaft in eine Kriegswirtschaft zu verwandeln. Den Begriff »Kriegswirtschaft« hören wir auch heute wieder und wieder, obwohl Deutschland selbst nicht im Krieg ist. Viele Deutsche akzeptierten die Übervorteilung der Regierung, weil sie unter Hyperinflation und politischer Instabilität litten. Die vorherigen Eingriffe der Regierung bereiteten die Gemüter auf den größten aller Eingriffe vor. Natürlich trugen viele andere Faktoren zu Hitlers Aufstieg bei, aber die biblische Prophezeiung zeigt, dass ähnliche Trends zu einer weiteren totalitären Regierung führen werden. Wie unser Buch »Das Heilige Römische Reich« in der Prophezeiung erklärt, war das Bündnis zwischen Nazi-Deutschland und dem faschistischen Italien an der Wiederauferstehung des alten Heiligen Römischen Reiches, das in Offenbarung 17 prophezeit wird. Die biblische Prophezeiung sagt uns, dass dieses Reich vor der Wiederkunft Jesu Christi sieben Auferstehungen erleben wird. Vers 14 zeigt, dass Jesus Christus dieses Reich dann zerschlagen wird, um Gottes Königreich zu etablieren. Das bedeutet, dass die nächste Regierung, unter der Deutschland leben wird, die Regierung Gottes sein wird. Wenn wir die Vergangenheit studieren, können wir etwas über die letzte Auferstehung dieses Heiligen Römischen Reiches erfahren. In 2020 stellte Bossaune Chefredakteur Gerald Flury fest, dass diese letzte Auferstehung durch die Coronavirus-Pandemie beschleunigt wurde, die ein stärkeres Eingreifen der Regierung ermöglicht hat. Er schrieb, eine der wichtigsten Auswirkungen der weltweiten Panik über Covid-19 ist fast übersehen worden. Die Reaktion Europas auf die Pandemie beschleunigt die Erfüllung einer der wichtigsten Endzeit-Prophezeiungen ihrer Bibel. Das Coronavirus beschleunigt die Ankunft des prophezeiten Heiligen Römischen Reiches. Zitat Ende Lesen Sie das Coronavirus und das Heilige Römische Reich von unserer Webseite diepossaune.de Fragen und Kommentare können Sie auch gerne an info at diepossaune.de schreiben. Unsere deutsche Abteilung in unserem englischen Regionalbüro erreichen Sie unter 0044 178 9581 912. Mein Name ist Josué Mischels. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in der wir leben. Bis zum nächsten Mal.